Hallo Leute, es ist gerade 2 Uhr nachts, weil es gerade 2 Uhr nachts ist, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt ein Horrorspiel zu spielen. Das Spiel, welches ich jetzt gleich spielen werde, ist ein Spiel namens Slenderman. Ihr habt möglicherweise schon von diesem Spiel gehört, aber für die, die das Spiel nicht kennen, bekommen von mir jetzt eine kurze Erklärung. In dem Spiel spielt man eine Person, der durch den Wald wandert. An Bäumen, sowie auch Autos und vieles mehr hängen Zettel. Das Ziel ist es, 8 dieser Zettel aufzusammeln. Das hört sich erstmal einfach an, aber ihr dürft nicht vergessen, ihr seid nicht alleine. Der Slenderman versucht euch zu finden, um euch dann schließlich umzubringen.